Ihr Plan war von Anfang an zu scheitern vor der Zeit. Slowly, but steadily, we are making our way inside the Vugnar Fortress. That's good news. Why don't you look happy? The Imperial Guards are fighting ferociously. I'm afraid they'll take too many of our clansmen with them when they leave this world. Such is a soldier's destiny. We could lessen our casualties if we launched some bombs before we start the assault. I wish we had a bomb or two. The Goblins might have some. I'll go talk to them. Okay. Are we going to raid this village? What brings you here, bloodthirsty orc chief? Sell me some fire powder, oh ye of short stature. Gun powder has been in demand lately. I wonder why. Let's make a deal, orc. Bring me the steel pinions and I'll give you the powder. Where am I supposed to get them? We can't forge anything but axes. I'm going to ask you to forge them. Go to the Vorrag's cave and take the pinions from them. The beasts stole the bright metal objects from us. Okay. Think about it. Think about it. Okay. Jetzt machen wir erstmal die Festung da oben platt. Also ja, und jetzt kann ich ja auch die beiden noch freischalten. Hier noch irgendwas Nettes. Neisiger Atem. Statt dem Schild wäre nicht verkehrt. Hm? I thought so. We know our own worth. So, gut, dass ich die Stahlantriebe aufgehoben habe. Okay. Das sind viele. Okay. Das sind viele. Die Giftwolke macht kurzen Prozess mit den meisten von denen. Ich hab kein Detleid mit diesen Menschen. Mhm. So. Wer hat die Wissensschriftrollen? Du? Dann kriegst du die auch alle mal. Okay. Wir brauchen Truppen, weil... Wir brauchen Truppen, weil... Wir brauchen Truppen, weil... Ja, da werden garantiert wieder die Pircher respawned sein. Ich bin so sieht, dass bei Orcs immer irgendwie die Steine brennen müssen. Und dass hier wieder irgendeiner festhängt, aber das ist mir jetzt gerade wurscht. ... 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 Findet das Himmelsdiadem, habe ich doch schon. äh, nein, 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 nein wer von euch trägt das hier wir werden die Töpfe wir werden die Töpfe wir werden die Töpfe so, wenn ich es jetzt wieder einsammle, bringt das was nö schade egal at last we sind wir die Töpfe die Töpfe schade ich hoffe mal es ist aber ein Nebenauftrag, also denke ich nicht, dass es ein Gamebreaker wäre was we 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 do Nein, Spaß mache ich nicht. Ich werde mich trotzdem ein bisschen ankeksten. Die Courage-Potion ist getrunken. May the gates of Svern open to the brave. May the gods bless us. Charge! At last. At last. Are we going to fight or what? So, mit unserer Armee. Greifen wir jetzt noch Wuckner an und dann haben wir die Mission beendet. Yay. We'll share the trophies. Joho! 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 Schnelle Mission. Here they are. We are under attack. We are under attack. Tear them to pieces. We'll share the trophies. My troops are under attack. We are under attack. At last. At last. Yoho! My troops are under attack. Kill them all. We are under attack. So, wir nehmen zwar jetzt Verluste hin, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Ist ja nicht mehr viel zum töten. We've won, Chosen One. The evil Citadel has fallen. The war is over. We have taken some human captives. Do you wish to execute them, great chief? We'll do what they least expect us to do. We'll set them free. Listen to me, subjects of the emperor. I want you to go home and spread the word of my mercy. Tell the emperor that the northern lands have a mighty ruler now. We don't want to fight with humans anymore. We want peace. Aren't we going to crush the human race? The empire is guarding the crystal. There is no knowing what will happen to us if the empire falls. Yeah. Sieg. Fortfahren. Damit haben wir die nächste mächtigste erschlagende Geseri. Sieger Worg am häufigsten getötet. Die meiste Erhabung eingebracht. Irgendwie ist die Statistik hier nicht ganz so richtig. Schatten des Nosferatu haben wir nämlich zum Beispiel in dieser Kampagne gar nicht eingesammelt. Am häufigsten benötigt haben wir Gold. Mhm. Am häufigsten benötigt haben wir Wissen. Ist klar. Okay. Das heißt, wir haben die dritte Kampagne der Ork Kahanath. Also Kapitel 2 der Ork Kahanath abgeschlossen. Jetzt bleibt nur noch der große Krieg. Von den imperialen Grenzen kommen alarmierende Neuigkeiten. Denn Speer sind in den Elfenwäldern verschwunden. Krieg liegt in der Luft. Ja. Das gucken wir uns aber erst beim nächsten Mal an. Dann starten wir frisch mit der nächsten Aufnahmesession in die letzte Kampagne von Battlemages Sign of Darkness. Alles. Ja. Jetzt aber erstmal einen Cut. Also. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.